Ach du Scheiße! Was ist los? Die Eltern heutzutage werden aber echt immer kreativer und verrückter. Was meinst du? Heute ist ja Halloween und da war gerade ein Kind vor meiner Tür und wollte Süßes oder Saures. Konnte einfach nicht fassen, in was für ein Kostüm er von seinen Eltern gesteckt wurde. Ach du Scheiße, dieser Virus hat den Leuten echt die letzten Gehirnzellen geraubt. Meine Freundin hat mir gerade gesagt, dass ich ihr zu kindisch bin. Und was hast du dann gesagt? Ja, dass sie sich nicht mehr mit mir verkleiden darf, um bei den Nachbarn zu klingeln. Sauber! Papa? Ja? Gibt es eigentlich Geister? Nein, natürlich nicht, meine Tochter. Aber unsere Putzfrau meinte gerade zu mir, dass sie existieren. Pack sofort deine Sachen, wir ziehen aus! Hä, warum das denn? Wir haben keine Putzfrau! Hallo Schatz, wie ist die Stimmung auf der Halloween-Party? Richtig gut! Zwei Stunden später. Mama, ich bin jetzt auf dem Heimweg. Wieso muss ich denn ausgerechnet an dem scheiß Friedhof vorbei? Ach Schatz, du bist doch schon groß. Mama, hier ist ein alter Mann. Keine Sorge, der besucht bestimmt nur seine verstorbene Frau. Um drei Uhr nachts, oder was? Ach du Kacke, der hämmert da irgendwas rum. Wie jetzt? Hallo? Süße, meld dich mal. So langsam mache ich mir Sorgen. Alles gut, bin gleich zu Hause. Aber du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Der Mann hat mit Hammer und Meißel einen Grabstein bearbeitet. Und ich habe ihn gefragt, was er da macht. Da meinte er nur, diese Idioten haben meinen Namen falsch geschrieben. Danach bin ich einfach nur gerannt. Oh Gott, ich lasse dich nie wieder allein nach Hause gehen. Oh, ich habe gerade versucht, mit meiner Familie Kürbisse auszuschnitzen. Bro, lass mich raten. Das ist voll nach hinten losgegangen, oder? Na ja, sagen wir es mal so. So was in der Art wollten wir machen. Und wie sahen eure aus? Ach du Scheiße. Die werden die Nachbarskinder auf jeden Fall vergraulen. Wie unverantwortlich manche Menschen einfach sind. Mein Noah war an Halloween mit anderen Kindern zusammen los. Die haben Süßigkeiten an den Häusern gesammelt. Zu Hause angekommen, hat er einfach einen Riegel mit Nüssen im Eimer. Und was genau ist daran so schlimm, wenn ich fragen darf? Er hat eine Nussallergie. Finn ist unverschämt, dass die Leute einfach nicht nachgefragt haben. Jetzt war ich wieder die Böse, weil ich ihm den wegnehmen musste. Wäre das nicht eigentlich deine Aufgabe, dafür zu sorgen? Kann ja nicht jeder wissen. Ähm, nein? Hallo? Hat ja wohl was mit Respekt zu tun, dass man sowas nicht den Kindern gibt. Da hätte was weiß ich passieren können. Hm, dann darfst du aber auch keine Süßigkeiten mit Gelatine anbieten. Oder mit Früchten oder so, weil kann ja überall einer allergisch gegen sein. Ja, nee, das ist ja affig. Aber auf Nüsse sollte man schon verzichten. Alles klar, Chefin. Wir tun jetzt mal alle so, als hättest du recht. Weißt du, woran ich gerade denken muss? Nee, woran denn? Hab überlegt, als was ich mich zur Halloween verkleide. Und wollte eigentlich erst als Mumie gehen. Hab's mir dann aber anders überlegt. Wieso das denn? War doch eine coole Idee. Ja, allerdings kamen Mumienkostüme damals noch besser rüber, weil noch keine Blumenmuster auf dem Klopapier waren. Oh shit, das stimmt. Ganz schön traurig, dass die Jugend nicht mehr weiß, was man an Halloween feiert. Wie meinst du das? Hätte Jesus den Riesenkürbis nicht besiegt, wären wir alle nicht hier. Oh Gott, Maria. Ich weiß, ich bin jetzt echt fies. Aber ich lache mich gerade so über mich kaputt. Oh, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Es hat gerade geklingelt und dein kleines Kind hat Süßes oder Saures gerufen. Ich dann so nach einer Weile. Was guckst du denn so? Du hast mir die Wahl gelassen. Jetzt nimm die Essiggurken und geh. Das hast du nicht im Ernst gebracht. Ja, sorry. Hatte halt nichts Süßes zu Hause. Kannst du mir mal sagen, was ihr alle so an Halloween findet? Ist doch richtig cool. Findest du etwa nicht? Naja, früher als kleines Kind schon. Aber mal ehrlich, du kannst sagen, was du willst. Aber ein Tag, an dem ich meine Süßigkeiten verschenken soll? Das ist für mich kein Grund zum Feiern. Bro, ich hab die beste Idee. Du weißt ja, ich hasse es, mich zu verkleiden. Ja, Halloween und Karneval sind für dich ja immer die Hölle. Ja, genau. Und deshalb habe ich jetzt das perfekte Kostüm für mich gefunden. Und zwar? Ich verkleide mich an Halloween als Kevin und bleib allein zu Haus. Wow, du bist ein Genie, Brudi. Schatz, denkst du bitte dran, Süßigkeiten für Halloween zu kaufen? Ja, kann ich heute Abend nach der Arbeit machen. Ach so, aber denk bitte dran. Die müssen bitte frei von Nüssen und Gluten sein. Bitte, äh, was? Ja, Schatz, wegen den ganzen Kindern, die allergisch sind. Und auf Zucker und Laktose sollten wir dieses Jahr auch besser verzichten. Dass die Süßigkeiten vegan, halal und koscher sind, ist ja selbstverständlich, oder? Sechs Stunden später. So, hab jetzt drei Säcke Kartoffeln eingekauft. Das wird ja wohl reichen, oder? Weißt du, was das Gute ist? Was denn? Ich brauche dieses Jahr kein Halloween-Make-up. Hä? Wie? Ich dachte, wir wollten uns voll gruselig verkleiden. Machen wir ja auch. Die Schminke kann ich mir halt nur sparen. Bei mir sind die dunklen Augenringe und der Todesblick ja schon vorinstalliert. Oh Mann. Ey, Dings, bald ist doch wieder dieses eine mit den gruseligen Gestalten. Du meinst Halloween? Nee, Klassentreffen. Na Bro, schon fertig für die krasse Party morgen? Ja, immer doch. Hab auch ordentlich Bier besorgt. Stark, so muss das. Also was willst du dich überhaupt verkleiden? Ach, hab gedacht, ich gehe dieses Jahr mal als falsch geparktes Auto. Hä? Wie jetzt? Na, vielleicht werde ich dann auch mal abgeschleppt. Versuchen kann man es ja. Hat schon mal jemand von euch Kürbisse in Gesichter geschnitzt? Würde das dieses Jahr gerne mit den Kindern für Halloween machen. Vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps oder tolle Vorlagen für mich. Liebe Grüße. Klar, schick dir ein paar per Mail rüber. Haben wir letzte Woche auch gemacht. Okay, sehr strange. Das habe ich noch nie gemacht. Und ich glaube auch nicht, dass es erlaubt ist, um ehrlich zu sein. Hä? Wieso das denn nicht? Willst du das wirklich mit den Kindern machen? Ähm, ja, natürlich. Na gut, dann brauchst du auf jeden Fall ein sehr feines Messer. Vielleicht mit einem Edding vorzeichnen und dann nachritzen. Ich stelle mir das allerdings echt schmerzhaft vor. Derjenige, der sich freiwillig meldet, müsste aber ganz schön stillhalten. Sonst kann das ja ziemlich schnell wackelig werden. Du willst Kürbisse in Gesichter schneiden und die Kinder sollen mitmachen. Sorry, Carla, aber das ist wirklich mehr als krank. Gesichter in Kürbisse schnitzen, meine ich natürlich. Oh Mann, ey, das darf doch nicht wahr sein. Was los, Digi? Bin gerade ernsthaft vor einer Halloween-Party geflogen. Wieso das denn? Zu viel gesoffen? Nee, angeblich hatte ich ja kein Kostüm an. Dabei habe ich ein rotes T-Shirt getragen. Ich hasse es, wenn Leute Winnie-Pooh nicht kennen. Ha ha ha. Hey, Luisa, bald ist Halloween. Ähm, ja, ich weiß, danke für die Erinnerung. Ja, wolltest nur sagen und dich daran erinnern, dass du schon mal anfangen kannst, dich abzuschminken. Du bist so ein Arsch, ey. Oh Mann, ey, ich hasse es so. Wieso haben wir Frauen alle vier Wochen diese Scheiße? Süße, glaub mir, ich fühle mit dir. Halte durch. Ganz ehrlich, das ist ja eigentlich sogar das perfekte Kostüm für Halloween. Was, die Periode? Ja, und dann komme ich einfach zu spät und alle erschrecken sich. Du hast sie echt nicht mehr alle. Ich glaub's nicht, ey. Falls ihr heute Süßigkeiten sammelt, geht auf keinen Fall zum Haus an der Kirche. Wieso das denn? Sind da gerade mit den Kindern Süßes oder Saures sammeln und haben da geklingelt. Wir? Süßes oder Saures? Der alte Mann? Trinke ich beides nicht. Habt ihr einen Whisky dabei? Ach du Scheiße, da haben sich die Kinder aber erschrocken, oder? Ja, die waren ganz schön verwirrt. Ganz toll, wenn man an Halloween auf einer Party vom Freund alleine gelassen wird. Danke auch. Oha, was ist denn passiert? Mann, was willst du denn jetzt? Ich wollte gehen und du und Lisa noch bleiben. Pisst mich so an, dass du die Scheiße hier wieder so öffentlich machst. Du bist einfach abgehauen, du Arschloch. Willst wohl einfach nicht, dass es jeder erfährt. Mann, ich hab mich extra von dir verabschiedet. Warst wohl mal wieder zu voll, um's zu merken. Pst, hättest du wohl gerne. Damit ich nicht sehe, dass du so eine Sch*** anmachst an der Bar. Mann, das war eine Nachbarin, die einen Freund hat, Lina. Und das soll ich dir glauben? Du steigst doch mit jeder ins Bett, die nicht bei drei auf dem Baum ist. Aber bei mir kriegst du keinen hoch. Äh, vielleicht will ich mich ja einfach nicht jedes Mal durch Fettberge kämpfen. Hat er nicht gesagt. Hau einfach ab, du Pisser. Ja, mach ich auch. Besser als wegen so einem Bullshit zu streiten. Ich glaube, ich spreche im Namen aller. Denke, dass wir jetzt wieder auf dem aktuellsten Stand bei euch sind. Und jetzt ist es Zeit, das Internet abzuschalten. Ey Mama, bald ist wieder dein Glückstag. Was meinst du damit? Na Halloween. Und wieso ist das mein Glückstag? Weil es der einzige Tag ist, an dem du aus dem Haus gehen kannst. Ohne, dass die Leute Ghostbusters rufen. Wahnsinn. So eine Tochter wünscht sich doch jeder. Ey, ist deine Alte genauso durchgeknallt wie meine? Wie meinst du das? Ja, ich komme gerade nach einem langen Tag nach Hause und die sitzt so auf dem Bett und guckt Halloween-Filme. Na Prost Mahlzeit, da ist aber schon ein richtig im Modus. So geil ey, hab gerade mein absolutes Halloween-Highlight erlebt. Hä, was war denn? Es hat geklingelt und dann war da ein Vater mit seiner kleinen Tochter an der Tür. Er im Hagrid-Kostüm und sie als Drache verkleidet. Dann war erst alles still. Vater flüstert. Was haben wir zu Hause geübt? Das Mädchen ganz leise. Grrrr. Oh, wie süß. An Halloween gehe ich definitiv als Morgenmensch. Als Morgenmensch? Wieso das? Ja, nichts ist gruseliger als ein zufriedenes Lächeln und gute Laune am frühen Morgen. Und hier haben wir jetzt noch eine weitere Folge mit lustigen WhatsApp-Chats für euch. Daneben könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Und darunter kommt ihr zu unseren WhatsApp-Hörspielen auf Apple Music, Spotify und Amazon. Nachkonflος. Aber da ist sie grade nächö Bald. Und auch die lustigen Sohn. Untertitelung des ZDF, 2020